Grüß euch Freunde bei Wolfsberg und TourTV. Die Schotterstrecken in den Westalpen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit und wenn euch interessiert, was da die verantwortlichen Planen im Punkt der Maut, was da in den nächsten Jahren alles auf uns zukommen könnte, dann schaut euch das Video an. Gut, auf meiner jüngsten ACT Pyrenäentour mit der Husqvarna Norden 901 habe ich sowohl auf der Hinreise als auch auf der Rückreise nicht widerstehen können, ein paar Schotterstraßen in den Westalpen auch mitzunehmen, konkret den Montechafaro auf der Hinreise und die Ligurische Grenzkampfstraße auf der Rückreise. Und wie ich so in den sozialen Medien, also auf Facebook, Instagram, YouTube gesehen habe, war ich da nicht alleine. Es sind sehr, sehr viele andere Motorradfahrer auch Ende August, Anfang September in dieser Gegend unterwegs gewesen, die sich eben immer größerer Beliebtheit erfreuen, so wie das ganze Reise-Enduro-Segment boomt. So boomen natürlich auch die wenigen legal befahrbaren Schotterstrecken in Europa. Man muss ja wirklich sagen, dass die Westalpen diesbezüglich ein Paradies sind, dass es da wirklich mitten in Europa nichts Vergleichbares mehr gibt, was Anzahl und auch Qualität dieser unbefestigten Straßen betrifft. Da muss man schon sehr, sehr weit fahren, sonst zum Beispiel in den tiefsten Balkan runter, um Ähnliches zu erleben. Und wenn man dann so liest, dass auf der einen oder anderen ehemaligen Militärstraße regelrechte Staus entstehen, dann muss man sich klar darüber sein, dass man dann nicht mehr bei allen willkommen ist, auf der anderen Hand aber auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftszweig mittlerweile ist, also bei einem Teil der Leute sehr wohl willkommen ist. Ich bin dann auf der Rückreise, nachdem ich die Ligurische Grenzkammstraße, also die Via del Salle, wie es die Italiener nennen, von Süd nach Nord gefahren bin, in Vernante, zufällig in ein Quartier geraten, ins Il Nationale und das war ein richtiges Glück. Zum einen, weil es ein nettes Quartier ist, ein günstiges Quartier. Ich habe um 70 Euro dort mit einem wunderbaren Frühstück übernachtet und zum anderen, weil ich dort auch den Besitzer kennengelernt habe, den Andrea Macario und mit ihm dann beim Frühstück ein richtig interessantes Gespräch geführt habe. Der Andrea ist ein angesehener Hotelier in der Gegend, der auch sehr aktiv ist, was den Fremdenverkehr anbelangt, den Tourismusverband anbelangt. Neben der Pension mit recht einfachen Zimmern, in der ich unterkommen bin, betreibt der Andrea auch noch eine höherpreisige Unterkunft, gleich vis-à-vis, wo es dann auch ein Spa gibt, wo man sich so richtig verwöhnen lassen kann. Stichwort verwöhnen. Im ersten Stock des Hotels gibt es auch ein Restaurant, das einen Michelin-Stern hat, also da kann man sich schon vorstellen, wie gut man dort essen kann. Allerdings natürlich auch zu entsprechenden Preisen, was mir persönlich dann alleine doch zu hoch gewesen ist. Aber im Bistro unten hat man auch sehr, sehr gut gegessen. Ist ja dieselbe Küche ums kleine Geld und das war wirklich eine gelungene Geschichte. Aber deswegen habe ich dieses Video nicht gemacht, sondern wegen der Gespräche, die ich mit dem Andrea geführt habe, weil er hat mir dabei auch wirklich einiges verraten, was da in nächster Zeit auf uns Motorradfahrer zukommen könnte. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die Ligurische Grenzkammstraße zumindest der Nordteil 2014 ordentlich planiert worden ist, also fahrbarer geworden ist für eine breitere Masse und seitdem auch eine Maut einkommen wird. Das ist aktuell 15 Euro pro Motorrad. Die Motorräder sind auf ein tägliches Kontingent beschränkt, genauso wie auch die Autos und Quads. Damit es nicht zu überlaufen ist, trotzdem hört und liest man immer wieder von Staus, gerade auf der Ligurischen Grenzkammstraße, speziell an Wochenenden in der Hochsaison Juli, August. Da würde ich auf alle Fälle empfehlen, unter der Woche unterwegs zu sein. Dienstag und Donnerstag ist die Straße für den motorisierten Verkehr gesperrt, also da gehört es den Wanderern und Radfahrern. Das ist zumindest die Regelung, die 2022 gewesen ist und für die Zukunft ist gut möglich, dass sich da auch einiges ändert. Zum einen steht eine merkbare Anhebung dieser Maut im Raum. Andrea hat man gesagt, von bis zu 30 Euro pro Motorrad, wobei man dann in die Richtung gehen will, dass wenn man in der Region nächtigt, dass man dann 50 Prozent davon wieder erstattet kriegt. Das ist ein Ansatz, wie die Leute diesen Boom in der Gegend nutzen wollen. Meiner Meinung nach ein nachvollziehbarer Ansatz, wenn man dort schon fährt, dann soll man dort auch ein bisschen Geld lassen, soll man dort auch nächtigen. Es hat ja lange Zeit etwas Ähnliches am Tremalzo, am Gardasee gegeben, bis der dann leider endgültig gesperrt worden ist für uns. Ich kann mich erinnern, 2012 war das glaube ich, da hat man, wenn man in der Region genächtigt hat, den Tremalzo fahren können, da hat man dann eine Bewilligung bekommen, den Tremalzo zu fahren, allerdings ohne dafür zu bezahlen. In Piemont, in Ligurien will man sehr wohl auf diese Einnahmequelle nicht mehr verzichten. Es ist ja nicht die komplette Grenzkammstraße von dieser Maut betroffen, sondern nur ziemlich exakte Hälfte dieser 68 Kilometer, wobei es schon der schönere Teil ist. Also der südliche Teil ist nach wie vor im ursprünglichen Zustand, das heißt, er ist auch teilweise ein bisschen felsiger, ein bisschen anspruchsvoller zu fahren, aber der schöne Teil, der nördliche Teil mit den wunderbaren Ausblicken, mit der Landschaft, die einen den Mund offen stehen lässt, der ist reglementiert, der ist eben von dieser Maut betroffen. Für die Viertelsale kann man sich das Ticket auch im Vorhinein online sichern. Ich werde euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung reinpacken. Das ist, wenn man ganz sicher gehen will, man kriegt das Ticket aber natürlich auch vor Ort. Ich habe den Andrea gefragt, ob das Kontingent öfters überschritten wird, also ob man dann einmal vielleicht umdrehen muss, wenn man sich vorher nichts gesichert hat und dorthin kommt zum Mauthäuschen und es geht nichts mehr, hat er gesagt. Das ist seines Wissens genau einmal passiert und da hat sich eine große Gruppe mit 70, 80 Motorrädern schon vorher die Tickets gesichert gehabt. Also seines Wissens war nur einmal das Ganze für Motorräder wirklich überfüllt, dass man umdrehen hätte müssen. Aber es kann ganz sicher nicht schaden, wenn man sich im Vorhinein schon online sichert. Aber aufpassen muss man natürlich, weil diese Online-Tickets sind wirklich nur an diesem einen Tag gültig, für die man sie gekauft hat. Man kann einmal das Datum dann noch online ändern, aber das war's dann. Ich bin einfach hingefahren, ich bin an einem Montag unterwegs gewesen, Anfang September, da war das okay. Da war auch nicht allzu viel Verkehr, das war wirklich in Ordnung. Hin und wieder einmal hat mich so ein Allradfahrzeug aufgehalten, aber auch da hat die Kommunikation mit denen recht gut funktioniert, haben mich die vorbeilassen, wenn es die Straße zugelassen hat. Also von einem Stau auf der Ligurischen Grenzkampfstraße habe ich nichts mitgekriegt. Überrascht bin ich schon gewesen, da ich den alten Zustand des Nordteils der Ligurischen gekannt habe, wie gut das planiert worden ist, also wie entschärftig worden ist. Trotzdem ist nach wie vor zum einen, weil ja die Landschaft sensationell ist, wunderbar zum Fahren und zum anderen ist es schon immer noch teilweise grobes, anspruchsvolles Schotterstraße mit ziemlich wilden Abgründen. Also schon allein deshalb würde ich dort nicht zu schnell unterwegs sein, weil wenn was passiert, passiert wirklich was. Aktuell wird meines Wissens nach sonst nur am Sommelier noch eine Maut eingehoben von 5 Euro pro Motorrad. Alle anderen Schotterstrecken in der Gegend sind frei befahrbar, aber es ist gut möglich, dass sich auch das in Zukunft ändern wird, weil die Verantwortlichen über eine Art Vignette nachdenken, so wie zum Beispiel in Österreich für die Autobahn, dass man sich zum Beispiel eine solche Plakette um 100 Euro kauft und dann alle Militärstraßen der Region fahren darf. Auch da soll es dann wieder Ermäßigungen geben, wenn man in lokalen Hotels oder Campingplätzen nächtigt. Es ist sicher noch Zukunftsmusik zum einen, weil man darf nicht vergessen, es nicht nur bei uns, sondern auch in Italien und in Frankreich Grüne gibt, die uns Motorradfahrer am liebsten komplett weg hätten von diesen Straßen. Deswegen sind die Verhandlungen auch sehr zäh, wie man da Andrea gesagt hat. Allerdings ist sich zumindest das Gastgewerbe offensichtlich bewusst, dass wir Motorradfahrer da nicht zu verachtender Wirtschaftsfaktor sind in der Gegend. Sie haben auch Erhebungen gemacht und festgestellt, dass die Motorradfahrer im Schnitt mehr Geld dort lassen als zum Beispiel die Wanderer oder die Radfahrer. Deswegen sind wir schon auch ein Wirtschaftsfaktor, sind wir bei einem Teil der Bevölkerung willkommen, aber längst nicht bei allen. Da muss man sich im Klaren darüber sein. Deswegen verzögert sich diese ganze Geschichte. Deswegen ist das Ganze sehr sensibel und ist das auch noch in diesem Status Quo, weil sich die Tourismusbetriebe dann doch sagen, lieber das so belassen, als die Leute komplett zu verlieren. Das ist ja ein sehr, sehr heikles Thema. Aktuell muss man zum Beispiel nur aufpassen, an welchen Tagen gewisse Strecken nicht befahrbar sind. Zum Beispiel war 2022 die Asietter Kammstraße, die auch eine wunderschöne Straße in der Ecke ist. Mittwochs und Samstags gesperrt, dafür der Monte Schaffaro Mittwoch und Samstag offen. Also man kann sich das ganz gut einteilen, aber künftig ist zu befürchten oder zu erwarten, dass das alles nicht mehr ein Gratisvergnügen sein wird, sondern dass man dafür auch zahlen wird müssen. Mich würde interessieren, ob ihr damit auch leben könnt, ob ihr sagt, okay, das ist mir wert, wenn ich da im Herzen Europas noch leihende Schotterstrecken habe, dass ich dafür auch meinen Obolus leiste. Die Strecken müssen ja auch in Stand gehalten werden. In diesen Höhen auf 2000 und mehr Höhenmetern ist es gar nicht so einfach. Da sind diese Strecken speziell im Winter immer ordentlichen Witterungsbelastungen ausgesetzt und die würden dann binnen kürzester Zeit dann wieder ziemlich wild sein, was dem einen oder anderen von uns Ecke fallen wird, allerdings eben dann nicht so einträglich ist oder nicht im Sinne der Betreiber ist. Ein wesentlicher Grund für diese Maut-Einführung auf der Ligurischen Grenzkammstraße und warum man auch überlegt, auf den anderen Militärstraßen eine Maut einzuführen, war, dass man die jungen Burschen, wie er gesagt hat, mit den 125er-Grossmaschinen wegbringt von diesen Strecken, die das sehr oft mit gesperrten Motor-Grossstrecken verwechseln. Der Andrea ist selbst Enduro-Fahrer, ist mehrfacher Erzbergfinisher, also das ist einer von uns, der uns versteht, der auf unserer Seite ist, nicht nur, weil er mit uns Geschäfte macht, sondern ganz einfach, weil er selber gern die Strecken immer wieder mit dem Motorrad fährt. Ich habe ihn auch angesprochen auf die Geschwindigkeitsbeschränkungen, weil ja auf diesen Strecken meistens 40 kmh Verkehrsschilder angebracht sind. Da hat er mich zum einen beruhigt, dass das praktisch nicht kontrolliert wird, also dass man dann sehr wohl auch, wenn man Aussicht hat und so schneller fahren kann. Allerdings, wenn was passiert und festgestellt wird, dass man zu schnell unterwegs gewesen ist, dann kann es richtig teuer werden, dann kann es richtig geschmalzen werden. Also sollte man zumindest auf so Strecken wie der Ligurischen, wo man wirklich nicht sehen kann, was hinter der nächsten Kurve auf einen wartet, ob einem auf seiner Seite ein Fahrzeug entgegenkommt, ob einem ein Fahrzeug entgegenkommt, das sowieso die komplette Breite der Strecke braucht. Also da ist man dann schon in Eigeninteresse gut beraten, dass man nicht zu schnell unterwegs ist und das nicht mit einer Rennstrecke verwechselt. Ich persönlich könnte mit so einer Vignette gut leben, wenn ich sage, okay, das kostet 100 Euro, aber dafür darf ich all diese Strecken befahren. Man gibt für so viele Dinge Geld aus und da muss man sich schon im Klaren sein, es ist ein Privileg, dass wir genießen, dass wir mitten in Europa noch solche Straßen befahren dürfen. Schaut einmal nach, was man bei uns in Österreich oder in Deutschland fahren darf. So gesehen wird es sich durchaus okay finden, weil es dann eben auch gewährleistet, dass man diese Strecken noch länger für uns haben und nicht nach Albanien runterfahren müssen. Denn ihr wisst, von Jahr zu Jahr muss man weiter wegfahren, werden solche Wege auch in Montenegro, Albanien etc. zwar nicht gesperrt, aber asphaltiert und dann sind sie auch weg als Schotterstrecken für uns. Deshalb würde ich die Umsetzung dieser Pläne gar nicht so schlecht finden. Würde mich interessieren, was ihr davon denkt, ob ihr sagt, ich bin auch bereit, meinen Obolus zu leisten, damit diese Strecken zum einen im Stand gehalten werden und zum anderen ich dort auch fahren darf. Schreibt es unten rein in die Kommentare. Schreibt es rein, ob ihr schon dort gewesen seid, ob ihr auch ein Fan von dieser Gegend seid. Würde mich interessieren. Wenn die Infos für euch in Interessant gewesen sind, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Steigt vielleicht auch im Il Nationale vom Andrea Invernante ab. Das ist wie gesagt ein wirklich gutes Haus, wo man als Motorradfahrer auch wirklich willkommen ist. Abonniert meinen Kanal, es kostet nichts und mich freut es. Aktiviert auch die Glocke, damit es meine Videos in Zukunft nicht versäumt. Ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit jetzt noch einmal ein Video vom Monte Schafferro nachschießen und dann im Winter die Reisevideos. Also wenn euch solche Strecken, wenn euch Motorradreisen interessieren, dann seid ihr richtig. Ich war letzte Mal hier in 2011 oder 2012 und es war viel schwieriger. Ja, es ist viel Arbeit auf der Straße. Ja, aber es ist schön. Es ist so ein schönes Countryside. Ja, es ist tyrewel Dyssemill filled imressive Umione. Ja, es ist wieder einmal ein. Ja, es ist ein Verletz einnerer. Ja, es ist schön, dass Lorenz das Torfahren so viel Economisch glaubt und